Wir bieten in unserer Praxis das gesamte Spektrum der Orthopädie und Unfallchirurgie an. Das beginnt bei der konservativen Therapie von zum Beispiel Rückenschmerzen durch unsere Schmerztherapeuten und geht dann weiter über die operative und konservative Behandlung von akuten und chronischen Schultergelenksbeschwerden und Verletzungen. Des Weiteren versorgen wir Verletzungen und chronische Beschwerden am Knie- und Ellbogengelenk und schlussendlich bieten wir auch die Endoprothetik, also den Gelenkersatz von Schulter, Knie und Hüfte an. Unsere Praxis existiert seit 1993. Seit 2013 sind wir in unsere neuen Räumlichkeiten umgezogen. In der Zwischenzeit haben wir drei Praxisstandorte, zwei hier in Würzburg, eine weitere Praxis in Kitzingen und mehrere Operationsstandorte, an denen wir ambulante und stationäre Operationen durchführen können. Wir behandeln Kassen- und Privatpatienten ohne Unterschied. Je nach der Größe der Operation füllen wir die Operationen ambulant oder stationär durch. Das beginnt bei kleinen ambulanten Eingriffen, die wir direkt bei uns in der Praxis durchführen können. Größere ambulante Eingriffe wie zum Beispiel Kniegelenks- oder Sprunggelenksspiegelungen führen wir in einem ambulanten OP-Zentrum hier in Würzburg durch. Größere stationäre Eingriffe können wir entweder in Würzburg in der Theresienklinik oder in Volkach in der Heliosklinik anbieten. Wir sind natürlich daran interessiert, dass gerade Patienten mit frischen Verletzungen sehr schnell bei uns Termine bekommen. Deswegen ist bei uns die Terminvergabe sowohl per Telefon als auch über das Internet, zum Beispiel per E-Mail möglich.